Hallo und herzlich willkommen hier auf Gutscheinrausch.de. Wir möchten euch heute iMachine vorstellen. Das ist eine Anwendung mit der ihr Beats ganz einfach mobil auf dem iPhone einspeichern könnt. Ihr könnt damit also einzelne Tracks komponieren und das ist damit auch wirklich ganz gut möglich. Man hat hier erstmal drei verschiedene Platten mit verschiedenen Sounds. Hier ist zum Beispiel die 4x4 oder auch die Klaviere hier bei B und C. Bei D gibt es ein Mikrofon mit dem man weitere Sounds hier aufnehmen kann und dann auch als solch ein Sample abspeichern kann. Hier gibt es jetzt unterschiedliche. Ich denke da sind euch einige auf jeden Fall von bekannt. Und falls man mobil gerade, also wenn man unterwegs ist, einen Einfall hat und möglichst schnell speichern oder notieren möchte, also digital notieren möchte mit diesen Sounds hier, kann man das hiermit wirklich ganz gut machen. Man hat hier über 400 Samples zur Verfügung. Zusätzlich gibt es 25 unterschiedliche Kits. Also da sind dann auch nochmal die Sounds etwas unterschiedlich und auch sonst ist für den Laien, aber auch für den Profi einiges mit dabei. Man kann erstmal einstellen, wie lang das hier sein soll, also eine Viertelnote, Achtelnote, Sechzehntel und so weiter. Dann kann man hier auch noch einige weitere Dinge einstellen. Unten zum Beispiel Steuerung zur Aufnahme und so weiter. Hier lässt sich zum Beispiel auch noch der Pitch regulieren und hier rechts in der Suche, das möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen, kann man das Kit wählen. Es gibt insgesamt eine Datenbank, die umfasst ca. 100 MB, also jede Menge. Und dort kann man auch nochmal auf die unterschiedlichen Kits hier zurückgreifen und dann sind die Sounds auch nochmal ein bisschen anders. Man kann ein Recording starten oben, also dann wird wirklich ein Projekt angelegt, also ein neues Projekt. Und dann ist hier auch mit einer Hilfe im Hintergrund ganz einfach möglich, die unterschiedlichen Beats hier aufzunehmen. Unterwegs ist das natürlich wirklich eine super Sache, damit einem die Kreationen nicht verloren gehen. Zu Hause hat man mit Sicherheit noch etwas größere Software, mit der man das dann einfacher vornehmen kann. Aber für unterwegs wirklich eine tolle Lösung und für nur 4,49 ist das wirklich eine sehr schöne Sache. Es gibt noch viele weitere Funktionen, die man sich jetzt hier gar nicht so schnell vorstellen kann, denn man kann hier so viel mit machen, das ist wirklich unglaublich. Selbst als Laie macht es übrigens Spaß, hiermit mal ein paar Beats zu komponieren und mal zu schauen, wie sich das eigene Rhythmusgefühl so macht. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao!